Musik Hey, ich bin Ernst Blade und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Fall Guys zusammen mit Tanzwitzeltausend Und Fanta Miau Und einen blauen Ritter So, Valentin, du musst auch noch erklären, was wir für einen Modus überhaupt spielen Ja, also Wir spielen extrem Truppshows, das heißt wir spielen jetzt noch mit einem Random, weil Trupp in Folge ist immer zu viertes Und bei gewissen Spielmodus, wo das nicht der Fall ist Das ist dann eine X-Version, eine Extreme-Version Da gibt es keine Respawns Und wenn man stirbt, ist man ausgeschieden Und sonst halt Truppshows Und wir spielen halt direkt ein neues Season 6 Spiel Maschallah So, wer ist da? Tanzwitzeltausend, komm, ich gebe den Kuss Für mich ist, glaube ich, der andere Mate Sie sind so viele Tannenbäume Ich bin speziell Ja, aber der Skin war jetzt drei Tage im Shop Hat halt jeder Ja, das ist Witz gemeint Ich meine, kaum jemand wird sich sowas entgehen lassen, wenn es halt einfach ein Gratiskin gibt Oh mein Gott, ich wäre was runtergefallen Der war ja nicht Gratis, er war günstig Also, ja, hier, 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 gleich schon Halt Ein, zwei Kronen hat er insgesamt gekostet Echt? Ich erdacht Kudos Nein, Digga, du bist lost Lost, Team Hörst dich Ja, das ist so extrem Ui Ui, Memo Ui, da vor meiner Nase ist das Zugang Ui Ich bin der Kantar auf der Seite Oh mein Gott, ich bin Oh mein Gott Oh, Risiko 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 Ich bin erst jetzt beim letzten Checkpoint Zwei sind draußen Wer ist draußen von euch? Ich nicht Ihr ernsthaft, Jonas? Ja, bin aber am Anfang runtergesprungen Alter Wenn ich nicht deine Aufnahme will Ich bin direkt vom Ziel runtergeflogen Das kann nicht wahr sein Ich bin auch unten Schön, erste Runde Die schneiden wir raus Na, die Na, wobei, nein, das ist gut Nimmer Nein Aber wenn ich so was zeigen, dass wir menschlich sind Menschlich gesehen, ziemlich abstoßen Eigentlich sind wir unmenschlich, weil Wir der letzte Gast sind, weil niemand so schlecht ist Wir haben nur Punkte Der Elfte hat 47 Boah, das ist ja wirklich traurig Ne, Pumuk, du kannst schon rausgehen Die schneiden wir raus Wenn wir jetzt nicht das rausschneiden haben So, herzlich willkommen zur ersten Folge von Forge Zusammen mit Tanzwetter Tausend Hallo Fanta Miao Und eurem Lieblingsblauen Ritter Das ist die erste Anmoderation, die wir gemacht haben heute Wir haben überhaupt nicht täglich versagt bei der ersten Runde Nein, nein, das hier ist die erste Runde Genau Ja, ja Torhunger Zwei Ähm, zwei Genies Zwei Genies Und Ein Nein, okay, na warte Zwei Trottel und ein Genie Genauso nennen wir das Weil der Jonas, der checkt das Spiel einfach Der weiß, dass er runter springt muss Ja, das ist der Sinn des Spiels Meinen die zu schnappelnden Türen und rennen bis zur Zehlinie Alles okay mit dir? Mh, ja Für Forte Im Playstation spiele ich mehr runter Hey, das ganze Team spawnt dann ganz hinten Bist dich, nur du Ich halte unser Mate fest Ich halte dich fest Ja, wo bist du? Achso, das war Nepomuck Ups Gut Ich habe gedacht, das warst du Hallo Komm, ich gebe dir einen Kuss Hallo Hallo Ah Oh Alter Nein Nein Wieso geht der Kart nicht? Ja, Nepomuck Steht vor der Tür Ich bin drin Wartet auf bessere Zeiten So Jetzt aber Unser Meli Jo, ihr seid alle drei da Boah Oh, das ist Traurig Also, das ist jetzt echt traurig Ich gehe mal Ja, der Titel ist jetzt schon predicted für das Video Machen wir eine normale Runde bitte Ja, werde ich auch so sagen Apogramm, ui Also, jetzt ist eh eine normale, ja, Play-Hop-Pok Hey, ich bin Ernst Play Und ich begrüße euch Zur dritten Anmoderation von diesem Video Totale Schichtslage Wir spielen echt nur das Wir spielen nur das Rennen und balanciere überall von Kreiselwippen Um die Zähne zu erreichen Wir melden uns, wenn wir gelandet sind Danke Das war ihr Kettenfall Ich frage jetzt nur mal, aber ist alles okay bei dir? Oder Brauchst du seelische Unterstützung? Die ist schon zu spät gekommen Ist eigentlich das so, wie sie ist? So, ich bin jetzt ein Gott in diesem Spielmodus Bis so oft wie wir den spielen, dann müssen wir ja alle schon Gott sein Ab Wasser Und wenn wir das noch immer fließt, dann bleiben wir ja alle schon Das schafft es nicht mehr rein. Jetzt, Junge, da muss man auch schlecht sein, dass man in der Zeit nicht rein kann. Junge, das wirst du halt. Halt die Fresse. Also, wir leben alle noch. Ja, da hat einer unseren Lieblingskind. Oh? Oben. Ah, der, dieser... H-B-E-C-N, ja. Ah, den habe ich schon gesehen. Oh. Ach, Mann. Oh, nein. Oh, nein. Ich hasse diesen Modus, da bin ich wirklich immer letzter, ich verstehe es nicht. Wie hier ist man da vorne? Äh, indem man einfach die andere vorne... Renn einfach nicht ganz vorne, eher in der Mitte. Ja, aber ich bin hier ganz am Ende immer. Ich weiß auch nicht, wieso ich werde wahrscheinlich wieder ganz hinten spawnen, oder? Ist doch eh gut. Ich kann jedes nicht. Ja, nee, dann kannst du immer gleich durchs Richtige spielen. Äh, am Ende ist ganz rechts. Das habe ich gesehen. Die ist vor allem was eindeutig. Ich habe nicht geschaut. Ey, diesem, äh, rosenen Ei, den gebe ich ihm Knutscher. Einfach nur dafür, dass er rosen ist. Äh, sehe ich... Éh, sehe ich... Hm, ehhe... Yeah... Äh, sehe ich... Äh, sehe ich... Äh, sehe ich... Äh, sehe ich... Ich mag keine Ruhe so nennen... Jetzt bin ich wieder ganz am Ende, ich werde immer weg gedrückt. ich bin dritter ich werde aber auch die ganze zeit getreten den hier festhalten junge da ist ein schwitzer von jetzt ganz rechts ganz recht ein war es nicht mit du lutscher ich bin vor valentin das wirst du der 30 von 29 perfekt du bist so ein sohn weil ich bin so dass du jetzt ein bild einblenden von einem hund und mein gesicht drauf jetzt kommt team spiel oder schlammkratzer hoffentlich nicht der die blauen die rosenen sind fix und die schneebälle könnte ich reinhauen ja und dem blauen ist nämlich das darfst du nicht so ich halte ich hab dich nicht gekriegt ich hab dich nicht gekriegt und du hast die dinge außen zerstört das machen nur unähren männer hat das ist das spiel nee bei jeder männer wenn ich jetzt immer draußen ja ist gut jonas du stinkst nach scheiße wenn die blau ist genau der pinke oder der abg ich bin der einzige noch ich war der letzte rausgeschmissen worden ist in der letzten sekunde die übernachten hundgesinne haben mich rausgedrückt dein account dann wäre abgelaufen und bei 0 0 1 bist du rausgeflogen was ich weiß fußball komm fußball jetzt kommt fußball du bist so unnäherrnlos von den eben weg geht er mich aber raus schlummt jetzt tue ich jetzt tue ich sein gesicht von dem skin auf ein hund packen und das einblenden das muss ich raus biebsen kleiner bieb er hat natürlich urensohn gesagt ohne h ganz wichtig wer steht auf dem grab eines zahnarztes also nicht jetzt ist das letzte loch gefüllt was steht auf dem grab eines uhrmachers die zeit ist abgelaufen irgendwas er seine letzte stunde hat geschlagen was musst du machen er muss die hammer die gelben drücken die betagung durch kriegt ein punkt ja mein pinker gegner ist der afk gefüllt das ist ja gut für dich der hat mich die ganze zeit genervt der bot jetzt kommt schwanz finale ja der eine der mich schubser ist rausgeflogen perfekt oh let's go willst du uns etwas sagen was das ich habe einen großen das habe ich jetzt nicht gemeint witzigerweise habe ich das auch nicht gemeint wunderbar ok ah jetzt sch*** oh 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 also weinchen kannst du uns auch was erklären oh ich habe das unterteil von der gartrude box der hude habe ich irgendwas bekommen ich glaube nicht wie immer ich kann grad pilot jonas 2009 auf xbox äh reporten soll ich ja bin ich unfair zum beispiel einfach das ähm ok warte ich muss irgendwas schlimmes erfinden er hat gesagt dass er zuerst die milch reinschüttet und dann das mühsli dann ist die realien ja das ist grausam twitter macht euer ding oh der siemens band mich gerade voll ja schicke ihm ein bild von weint ins gesicht ich habe sogar eines das ich dir schicken kann ja nicht das peinliche nicht das peinliche nicht das peinliche doch doch das peinliche nein ich ich schicke dem jonas das ist nein ich muss das ihm schicken ich schicke es in die secret nein nicht secret ne schicke es einfach in unsere gruppe dass ich es auch sehe welches du schickst es gibt ja viele von mir die peinlich sind ja ok aber das mache ich gleich weil ich peinlich bin ja das stimmt halt jedes bild mit mir ist gut bis auf das wo wo mein anderer früherer bester freund der hat ein bild gemacht da war ich auf dem boot und ich sehe aus als wäre ich weiß ich nicht komisch halt aber dann funktioniert wieder nicht oder nicht nicht aber kacke funktioniert es halt es funktioniert nicht nicht aber kacke sprachen lernen babbel sprachen lernen nein ich bin hinter dir das freut mich junge der rote was für ein opfer was für ein opfer nein 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 ich bin im der steht alles schräg ja das finde ich gut so ich bin das sicher glaube ich draußen steiner und welt rekord es kann 40 qualifiziert werden zwei drittel alle leute da wirst du schon dabei sein so und ich bin drin hey neppi schon bei der letzten stage leckere ach so das bin ich gut ja neppi schafft's hä wie warum denkst du dass du schlecht bist schau mal hinter dir ich weiß nicht ich bin im top 10 junge wie fordner chapter 3 rausgekommen ist konnte man ein wochenende lang überhaupt nicht vollgas spielen das war traurig weil die server von epic games so überlastet waren und fallgas basiert ja jetzt auch auf den epic games servern wie fordner das heißt wenn fordner in der neue season rauskommt können wir alle nicht fallgas spielen freut euch schon darauf zum glück kommt er jetzt in fordnet nur alle halben jahre jetzt gefühlt nur am ende season das ist gut hola hola hallo hey michi mein team hallo wir wuchsen es kommt nach 28 martage sind wir auf die ich bin letzter ja verdient das ist alles wegen dir ich habe einen guten sprung hingelegt ich auch ich nicht ich wurde aufgehalten ich bin draußen nein ich bin draußen ihr sitzt draußen ja alles wegen dir war ich alles wegen dir ich wäre der nächste drin gewesen geh einfach raus jonas nein ich war erster platz vorher die punkte will ich wenn jetzt ein geiles spiel kommt dann lasse ich nicht erscheinen aber wenn ja dann lasse ich Lass ich VALLAHI LASSI hoh 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 noah ok ne aus aus so das war es jetzt mit dieser Folge voll Geiß wenn es euch gefallen hat like da lassen kanal abonnieren Glocke aktivieren schaut bei den anderen vorbei die ich in der Videobeschreibung verlinke bis zum nächsten mal Ciao, mit V. Wir sehen uns.